Endlich! Sing mein Song ist wieder zurück. Und die musikalische Bandbreite ist größer als je zuvor. Die beste Show im deutschen Fernsehen. Weil jeder das komplett zu seinem eigenen Ding macht. Ich habe auch so noch keine Frau in Deutschland rappen gehört. Das ist TV-Geschichte, sowas hat es noch nie gegeben. Es passieren auf einmal Sachen, mit denen überhaupt nicht recht ist. Ich habe sowas im Fernsehen noch nicht erlebt. Sing mein Song, das Tauschkonzert. Ab 12. April, 20.15 Uhr.